Herzlich willkommen zu den Wissensperlen. Ich bin Thomas Christian Niebel, der Autor des Blogs Die Wissensperlen. Und ich möchte auch etwas zur Corona-Krise sagen, allerdings wieder mal etwas ganz anders beleuchtet, als man es sonst vielleicht findet. Eben ganz in der Tradition dieses seltenen Wissens, der Wissensperlen. Zur Situation, zwei Wochen ist es her, dass wir jetzt in Quarantäne sind. Der erste Schock dürfte überwunden sein und langsam könnte das Wundern einsetzen. Das Wundern, wieso das überhaupt möglich war. Das Wundern, wie es weitergeht. Und viele Menschen belesen sich sicherlich im Internet gerade über Katastrophenszenarien, andere Folgen, immer neuen Meldungen, wie viele Infizierte es gibt und so weiter. Und vor lauter Informationsflut geht aber ein Wunder leicht unter oder mehrere Wunder gleich. Nämlich, die alte Leier hat aufgehört zu spielen. In all den Jahrzehnten vorher gab es viele Situationen, wo man hätte etwas verändern können, aber da hieß es dann, nein, wegen der Gefährdung von Arbeitsplätzen sei das nicht möglich. Und das ist so eines dieser Totschlag-Argumente, die uns immer wieder eingebläut worden sind. Wie so ein, also ähnlich wie, ja, es gibt dir Schwerkraft oder Regen macht nass. Darüber darfst du nicht diskutieren. Das ist so. Und diese heilige Kuh, wie man so schon sagt, ist gerade geschlachtet worden. Das heißt, jetzt ist nämlich genau das Gegenteil angesagt. Wir dürfen wegen der alten Menschen, dürfen wir jetzt nämlich alle Arbeitsplätze riskieren. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Wunder. Die alten Menschen waren bis gestern der Politik noch sehr egal. Die durften gerne in ihren Wohnungen, sofern sie noch welche hatten, verhungern. Thema Altersarmut. Ein Problem, das schon lange besteht. Darüber wurde sehr viel geschrieben, aber es wird einfach nicht aufgegriffen. Und auf einmal rückt diese Randgruppe der Gesellschaft, als diese bisher gesehen worden ist, diese Randgruppe der Gesellschaft, die schon lange leidet, rückt auf einmal an die Spitze der Pyramide und wegen ihnen darf die gesamte Weltwirtschaft riskiert werden, die Zukunft der Kinder und so weiter. Schon erstaunlich. Der dritte Punkt, das dritte Wunder. Wegen leerer Rentenkassen sollten wir ja, müssen wir nicht nur immer mehr Steuern bezahlen und Abgaben leisten, sondern sollten auch noch bis 70, wer weiß, vielleicht noch 72 und länger arbeiten. Obwohl eigentlich ja schon die Maschinen für uns arbeiten und wir gar nicht mehr so viel arbeiten müssten. Aber egal, die Rentenkassen waren bisher immer leer und auf einmal, oh Wunder, ist Geld da in Hülle und Fülle. Es soll demnächst sogar auf uns regnen als Helikoptergeld. In China hat man das schon gemacht. Ja, eine wundersame Geldvermehrung. Man fragt sich, wieso musste man dann vorher immer wieder die Leier eben bedienen. Kein Geld da, kein Geld da, kein Geld da. Wir können die Straße nicht reparieren und diese und die sich machen. Und auf einmal ist es da. Das vierte Wunder hat auch mit der Geldvermehrung zu tun. Uns ist eingebläut worden, bei diesem Wort zurückzuzucken. Denn wenn Geld einfach unkontrolliert vermehrt wird, dann kommt es Inflation. Natürlich mit den Horrorbildern in unserer Seele von Weimar damals, als die Menschen gehungert haben und mit Waschkörben voller Geld zum Bäcker geeilt sind, um noch irgendetwas zu bekommen. Diese Bilder haben wir in der Seele aber noch gar nicht abgeglichen, zum Beispiel mit dem, was seit 2008, also vor 12.000 Jahren, vor 12 Jahren passiert ist. Das kommt einem schon sehr lange her vor. Dort wurde ja auch Geld ohne Ende geschöpft und es ist keine Horrorinflation eingetreten, die ganz normale Teuerungsrate. Und jetzt passiert das wieder und kein Mensch redet über Inflation. Der Staat will enorme Milliarden und Billionen jetzt diesmal ausgeben und die ganze Welt retten und keiner redet über Inflation. Ich habe schon lange darüber geschrieben vor Jahren, dass das ja eben auch kein Automatismus ist, denn wenn Preise steigen, dann hebt sie irgendjemand an. Das nächste Wunder, auch ein sehr heikles Thema, die Schulpflicht. Viele Eltern wollten schon lange ihre Kinder aus der Schule rausnehmen, aus diesen Lehranstalten, die es ja sind, weil die Kinder eben Angst haben vor der Schule, weil diese Art von Unterricht nun einmal nicht menschengemäß ist. Das haben Leute wie Gerald Hüther oder Axel Burkhardt in wunderbarer Weise schon lange gesagt. Und jetzt auf einmal rückt der Staat von dieser Pflicht ab. Ohne Probleme und ohne Polizeiaufgebote ist es möglich, seine Kinder nach Hause zu nehmen und dort unter seine eigenen Fittiche, dort darf jetzt der Vater Staat nicht mehr reinschauen, ist schon sehr eigenartig, dass es auf einmal geht. Wir können also auch das gesamte Schulsystem infrage stellen. Das ist das, was uns gerade signalisiert wird. Und der letzte Punkt natürlich, die Umweltkrise. Monatelang waren die Schlagzeilen voll, Klimawandel und was man nicht alles tun müsste. Auf einmal haben die Flugzeuge aufgehört zu fliegen und die Fabriken haben weitgehend ihren Dienst eingestellt. Ja, es geht. Das ist eine wichtige Lektion für mich aus der Corona-Krise. Erstmal, dass man sagt, es ist alles anders, als ihr dachtet. Die Merksätze, die wir euch eingebläut haben, die sind gar nicht so. Das sind einfach Spielregeln. Und die kann man auch gerne ändern. Es sind eben keine Naturgesetze, auch keine Wirtschaftsgesetze. Man kann, wenn man will, alles tun. Natürlich im vernünftigen Rahmen. Und was ich mir daran wünsche, ist, dass ein Ruck durch das Verständnis geht. Also, dass viele Menschen die Chance ergreifen, diese Sätze zu überprüfen, die uns da eingebläut worden sind über die Jahrzehnte. Und ich selber bin darauf gekommen, durch einen der größten Dichter und Denker, der interessanterweise aber kaum bekannt ist, nämlich Rudolf Steiner. Und er hat mich damals überhaupt darauf aufmerksam gemacht, dass es gar nicht darum geht, ob zum Beispiel der Darwinismus richtig ist, ob er wahr ist, sondern dass, also als es damals der Darwinismus formuliert worden ist, zeitgleich mit ganz anderen Ideen, dass dort Ideen gegeneinander gekämpft haben, genau wie der Kommunismus oder der Kapitalismus. Und dass die Ideen nicht durch Sachargumente entschieden worden sind, sondern weil die Menschen einfach daran glauben wollten. Das hat ihnen halt irgendwie besser gefallen, auch wenn man sich darüber keine Rechenschaft gibt, dass eben der Mensch irgendwie nicht von Gott geschaffen worden ist, sondern ein Produkt der Natur ist. Und jetzt können wir auch wieder so einen Ideenkampf sehen, wenn wir nur darauf achten, nämlich auf einmal wird der Mensch in den Mittelpunkt gestellt, nachdem, also die alten Menschen jetzt als Randgruppe erstmal, nachdem ja vorher alles unter dem Diktat der Wirtschaft stand. Ein weiteres Buch, das ich sehr empfehlen kann, ist geschichtliche Synthematologie. Das heißt, einfach mal einen ganz anderen Blick auf die Geschichte werfen. Wir haben jetzt Gelegenheit zu begreifen, dass diese, viele reden auch von Matrix, die man uns übergestülpt hat, dass das wirklich nur eine Sicht der Dinge ist. Und jetzt ist der Weg frei, dass wir uns zum Beispiel mal überlegen, könnte man denn dauerhaft das System oder unser Miteinander so gestalten, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Denn wenn ein Mensch vernünftig gebildet wird, wenn er Zeit hat und alles bekommt, was er braucht dazu, dann sind wir Menschen durchaus auch in der Lage, die Natur zu retten. Dann werden wir nämlich Mittel und Wege finden. Und dazu habe ich ein paar Literaturempfehlungen. Eines der besten ist vielleicht, auch als unterhaltsamer Einstieg, One Billion Dollar von Andreas Eschbach. Da begreift man erstmal, wie absurd unser Wirtschaftssystem wirklich aufgebaut ist. Und das liegt eben an ein paar grundlegenden Spielregeln, die eingebaut worden sind. Wenn Senf, der Nebel um das Geld, macht einem vor allem klar, dass man sich nicht fürchten muss, man würde das alles nicht verstehen, denn es wird einfach ein Nebel darum gelegt. Zum Beispiel Thema Geldschöpfung, viele kennen das schon, wie Geld heute eigentlich wirklich entsteht. Oder hier der Tanz um den Gewinn. Da heißt es, daraus kann man lesen, dass alles so gebaut worden ist, dass wir immer nach Gewinn trachten müssen. Und das kann man ändern. Grundlegende Fragen kommen heute auf, wo die Menschen nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen, was ja schon lange ein Thema ist, dass die, dass ja überhaupt Immobilienspekulation betrieben werden kann. Und sich wirklich mal selber Gedanken machen. Und das ist vielleicht auch das Stichwort. Komme ich gleich dazu. Gehen wir nochmal hier. Noch mehr Inflation. Ihr seht, man kann sich über vieles Gedanken machen. Ethik der Geldschöpfung. An Geld, das wir gerne immer nur haben wollen, hängt eben auch etwas dran, nämlich der Machtfaktor. Wer Geld hat, beeinflusst die Kultur. Und da schlage ich einen weiten Bogen zurück, zu den Tempelrittern. Denn wir empfinden uns gerade in der sozialen Isolation auf unsere eigenen Würfe, auf unsere eigenen Wünsche zurückgeworfen. Also auf die Erwartung an die Zukunft. Kann ich morgen noch Auto fahren? Werde ich arm werden? So wie wir uns vorher überlegt werden. Wie kann ich reich werden? Und wir sind mit unseren Gedanken, kreisen wir gerne um uns selbst. Aber der Fokus ist sehr viel größer. Und ich möchte dazu ermuntern, dass wir uns einfach mal in einer größeren Kulturlandschaft sehen. Denn die Tempel haben den internationalen Zahlungsverkehr ermöglicht. Sie haben ihn geschaffen. Sie haben die ganze Infrastruktur angelegt. Und zusammen mit den Zisterziensern die modernen Städte, wo dann Universitäten wachsen konnten, und so weiter und so fort. Also wir sind mehr als nur Konsumenten. und kleine Eintagsfliegen. Sondern wir sind auch hier als Hüter einer Kultur. Und vielleicht kann man die Ängste auch mal zurückdrängen. Und bevor es einen totalen Zusammenbruch gibt, wie im Zweiten Weltkrieg, wie im Ersten Weltkrieg, wo man dann wirklich keine Zeit mehr hat, über irgendwas nachzudenken, können wir jetzt ja die Ruhe, die wir haben, nutzen, um einfach mal so gedanklich aufzuräumen, innerlich aufzuräumen. In welcher Zeit stehe ich eigentlich? Und was wäre für die Zukunft wichtig? Denn vom geistigen Ursprung der Gegenwart. Ich kenne solche Bücher, zum Glück kenne ich solche Bücher. Und deshalb weiß ich, dass man diesen Visionen, die heute unter dem Stichwort Zombieapokalypse und andere den Menschen immer und immer wieder vor Augen geführt werden, dass es dort eben gar kein Gegengewicht gibt. Und es wäre ganz wichtig, dass wir jetzt diesen Freiraum nutzen, uns selber Visionen zu bilden. Und ich bin auch gerne bereit, mit weiteren Beiträgen alles reinzugeben, was ich an Input geben kann, dass wir auch ins Gespräch kommen. Denn das ist eigentlich für mich das wahre Problem, dass wir gar keine Zukunftsvisionen mehr haben. Auch hier, das sei sehr empfohlen, ja, POTS 1000, habe ich mir damals auch gedacht, die geistigen Aufgaben Mitteleuropas, also sollten wir nicht nur kleine Verbraucher sein, sondern Menschen, die hierher gekommen sind, um gewisse Aufgaben zu übernehmen, gerade hier in Mitteleuropa, und um sie weiterzuführen. Könnte die Krise eine Chance sein, diese Aufgaben jetzt zu überdenken und auch umzusetzen. Und alle diese Aufgaben haben meines Erachtens mit dem sozialen Rätsel zu tun. Das letzte Wort, die soziale Isolation, in der wir uns jetzt befinden, macht hier eines deutlich. Die Menschen gehen in den Supermärkten nur zu gerne aneinander vorbei. Es kommt die Angst, die die ganze Zeit latent da war, sich anzustecken, halt jetzt vielleicht nicht mit Schnupfen, das, ja gut, aber noch mehr eigentlich mit Ideen. Sich mit den falschen, möglicherweise, Ideen eines anderen zu infizieren, die ganzen Verschwörungsideen, oder wie war das mit der Hysterie in den USA, vor den kommunistischen Ideen, oder dort auch wiederum vor den kapitalistischen Ideen. Das ist eigentlich die, ja vielleicht, was die Krise jetzt auch enthüllen kann, dass wir uns nicht so sehr als Opfer fühlen. Wir reagieren jetzt hier nur auf die Krise, sondern auch mal zu sehen, wir agieren eigentlich auch sonst schon so, dass wir uns sozial befremden, im Mobbing und Dissen und Bäschen und Bannen und so weiter und so fort. Also die soziale Kluft ist sehr groß. Und das Zweite ist, dass wir immer nach oben blicken und Antwort erwarten. Wie geht es jetzt weiter, Frau Merkel und Herr Steinmeier? Oh, ihr Größen da oben, wie geht es jetzt weiter? Ach, wir sollen noch mal einen Monat länger in Quarantäne bleiben? Noch ein halbes Jahr? Ach ja, wir sollen jetzt also dann, wegen eines Virus, dessen Existenz gar nicht bewiesen ist, oder dessen Infektiosität auch nicht bewiesen worden ist, wie man nachlesen kann, wie auch sogar der Herr Professor Drosten selber zugibt, und wegen sehr fragwürdiger Entscheidungen von noch fragwürdigeren Persönlichkeiten, die ja Politik nicht studiert haben, also nicht Menschenführung oder Landesführung gelernt haben und schon gar nicht die Moral und schon gar nicht und so weiter, dass wir von diesen Menschen wie noch zu Kaisers Zeiten einfach Antworten erwarten. Und ich finde, es wäre an der Zeit, dass wir uns selbst ermächtigen. Und das kann aber nur jeder Einzelne tun in seinem Denken, sich ermächtigen. Denn wir sind in der Lage, durchaus die Sachen zu verstehen und dann auch gemeinsam Wege zu finden, neue Wege zu finden. Und einen Weg ist ja mit der sozialen Dreidigerung gegeben. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte einen etwas anderen Impuls in die geistige Atmosphäre geben. Wir hören uns wieder. Bis bald. Dein Thomas Christian. Dein Thomas Christian.